auf online spielst du firestarter auf fünf walzen mit 25 gewinnlinien und genau wie in der spielhalle bestimmst du selber die höhe deines einsatzes. das stargames kannst du online mit echt viel geld spielen. natürlich kannst du deinen gewinner hoch spielen. rot oder schwarz. klicke jetzt auf den link unter diesem video und besuch uns auf casinoverdiener.com